Musik 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 Gurtet, Helm an, Pokémon GO auf B-Fahrer eingestellt. Als ausgewiesener Expertin in Sachen Adop-Hoser bin ich natürlich eine absolute Bank in diesem Stream. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir streamen heute Forza Horizon 5. Und ich höre ihn auch. Sagt einfach mal, was es da gibt. Ich habe in meinem Review geschrieben, es ist recht ähnlich wie das letzte. Also wer das letzte gespielt hat. Ich habe wirklich eine Zeit lang das Gefühl, wenn ich jetzt einfach die Augen zumachen könnte und irgendeine Frau würde mir das andere drein tun würde. So mit dem gleichen Auto, ich bin nicht sicher, ob ich es gemerkt hätte. Ja. Und du hast natürlich aber auch direkt ein Auto genommen, das ich nie im Leben auch noch würde mir seinen Kunden überlegen, das zu kaufen. Aha, das habe ich aber im Fall bekommen. Ja, Adam. Aha, ich nehme das übrigens, ich muss im Fall die gleiche abstellen, die quatschen uns dann einfach sonst immer rein. Die merke ich jetzt gerade, die DJs. Ähm, das ist eben etwas, wir haben sie jetzt in den Kurs eingestellt, wenn wir gedacht haben, um zu zeigen, wie sie sind. Ich finde, sie sind einfach ein bisschen langweilig. Ähm, nein, genau. Also die Story, also schau die Story. Haha, nein. Ähm, ja, nein, es ist Forza Horizon und das ist ein Festival und das ist jetzt in Mexiko und dann hast du eine riesengroße Karte. Und dann kannst du da tausend Sachen machen und dann geht's, ja. Schlussendlich, du fährst, damit du mehr Sachen freischaltest, damit du mehr Autos hast, damit du noch mehr Rennen hast. Und es gibt Drifterrennen, es gibt Sprinterrennen, es gibt so Streckenrennen, es gibt Meisterschaften, es gibt aber einfach Stunts. Und eben, es gibt, es gibt eine kleine Story, das sind so die Gehlen da. Aber das sind, also Story, das ist einfach, es quatscht halt dann noch jemand drüber und erzählt dir etwas über irgendein Auto. Das können wir nachher auch machen. Ähm, und ich würde sagen, äh, wo sind wir? Wir machen jetzt einfach gerade irgendetwas. Schau mal, da hat man gerade etwas. Die, äh, mit den grösseren Symbolen, das sind so, ähm, Das sind so die spezielleren Horizon Events, wo du musst freischalten. Ähm, und äh, genau, jetzt gehen wir mal dorthin. Und eben genau, der Karre da, ich kann den genug, weil der ist etwa der schnellste ohne Hand. So krass, der ist, glaub ich, das zweitest schnellste Auto ohne Hand. Und das ist einfach noch gut, um durch die, äh, Geschwindigkeit zu fallen, äh. Ah, die Speedtrap. Ja, das ist halt noch eine Gäbung, oder? Und eben, was ich wirklich geil finde an dem Game, da kannst du jetzt nicht koop, weil vermutlich einfach niemand rum ist. Ähm, und weil das Game noch nicht draussen ist. Aber du kannst, äh, wirklich bei jedem rennen. Und das hast du ja im letzten auch schon gehört, aber das finde ich geil. Du kannst praktisch jedes Auto auswählen. Es ist dann einfach nicht jedes gleich sinnvoll. Ja. Und, ähm, kannst auch selber sagen, wie es du möchtest machen. Siehst du, da nimmt es dir zum Beispiel ein fixes Auto. Da kannst du es jetzt nicht wählen. Ja. Ja, ja, genau. Eben, das ist jetzt eins von den, äh, ich weiss gar nicht, wie der Name ist. Ich glaube, äh, Horizon Expedition, so als bin ich überhaupt nicht drin. Ja, genau. Und ich spiele es natürlich auf, auf, äh, total Standard. Also das einzige Punkt. Ja, ja, einfach das, was eingestellt war. Genau. Ja, ja, also nicht, nicht, ja, 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 nicht gerade, du kannst sie ja... Nicht gerade Steuerhilfe und Bremshilfe. Also ich kann nicht gerade loslassen und ein paar Sachen mehr, aber... Ähm, äh, ich habe die Drivatars, das sind so die Gegner, die ja dann so zusammengesetzt sind, aus Computer und deinen Mitspielern. Hier habe ich einfach noch eine Stufe hochgestellt. Ja, aber sie sind auf normal, sind es auch verdammt. Ja, ja. Aber ich, eben, ich finde, das ist halt auch so ein... Das ist auch wirklich so ein Casual-Game, das muss einfach... Das ist doch irgendwie wie Suncharted, das muss dir einfach irgendwie... Es muss einfach... Genug einfach sein, dass du immer an die Pfirsche kommst, finde ich, oder? Oder beziehungsweise, du kannst dir die Challenge machen. Ja, ja, beim Uncharted, ja, das ist, ich finde... Eigentlich ist es das. Ja, beim Uncharted habe ich irgendwann auf Schwere gestellt, da dachte ich, ich möchte eine Challenge haben, das ist aber überhaupt nicht gegangen. Und auf Licht hat es mich dann nachher immer angeschissen, wenn ich habe ballern müssen. Ja. Aber ja, ja, nein, es ist schon so, also ich glaube, das Game ist halt wirklich so ein bisschen Sandbox-mässig, oder? Ja. Also das, wenn du jetzt die ganzen Story-Geschichten durchgehst... Ja. ...dann kannst du wie... ...eir selber deine Challenge setzen, oder irgendwie mit dem Multiplayer nachnehmen, wenn du Kollegen hast, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das. Genau, und ich... also ich spiele es... Ich habe es einfach genau so gespielt... Weil es hat ja so viel Zeug zu machen. Und ich wirklich... Ich fahre einfach vom einen Event zum nächsten und dann, ja, jetzt nehme ich mal das Auto und das. Und ich habe dann ehrlich gesagt, ich will einfach, dass es gerade so schwer ist, dass ich mich ein bisschen gefordert fühle. Ja. Aber ich will eigentlich immer gerade im ersten oder zweiten Ding arbeiten. Das... Weil... Das ist so eines, das sieht geil aus. Ich will ein bisschen die Autos anschauen und so, und eben... Und geile Events haben. Und das bietet so, und eben. Und ich habe ja... Das Zeug, die ganzen Fahrhilfe wegstellen. Die Drivatars, schwieriger spielen. Aber eben... Ich habe das weggeschrieben, und du, das... Kennst du noch besser. Eben, es wird nie eine Simulation. Es wird dann einfach ein bisschen schwieriger. Und... Ich habe es extra mal... Ich habe es übrigens auch mal eingestellt. Ich habe wirklich auch mal alles weggestellt und so. Und äh... Ich habe ja... Ich spiele ja auch manchmal so ein bisschen... Also... Ähm... Project Cars oder so. Das ist eigentlich kein Hardcore-Simulator, aber... Doch ein... Ein bisschen mehr. Aber es ist immer noch kein Vergleich, oder? Das ist eben... Du merkst, da geht es immer um Fun. Du fährst da so Sachen rum, oder du machst irgendwelche Schanzen. Und das ist jetzt zum Beispiel... Äh... Ich glaube, ich könnte das aber auch nachher noch machen. Aber das ist halt so ein bisschen storymässig. Jetzt suchst du irgendwie sein Fahrzeug. Und äh... Was noch... Dann hast du so bonusmässig... Kannst du noch genau... Die äh... Gewisse Sachen finden. Also hast du so Schildchen. Da gibt es einfach mehr Punkte. In the top of the central ruin, find where Ramiro has landed. Genau, und da siehst du einfach... Okay. Und das ist... Das ist... Das ist noch easy, so ein bisschen Abwechslung zum... Nur racen, aber ich meine... Ja, also... Ich würde sagen, wir machen jetzt da weiter. Weil du fährst jetzt einfach hier in der Ruine rum und suchst... Schilder und musst vielleicht manchmal ein wenig langsam irgendwo durchfahren. Aber ist jetzt nicht irgendwie... Äh... Was weiss ich was. Ich würde auch sagen, Uncharted ist echt wirklich casual. Einer schreibt im Chat... Ja. Also... Ich glaube, Uncharted ist... Hätte ich gesagt... Uncharted... Ja, du kannst es mega casual machen. Und wenn du eine Herausforderung möchtest, kannst du einfach den Gegner rausstellen. Was einfach heisst, sie sind Bulletsponges. Und das ist dann irgendwie... Äh nicht geil. Also... Nein, das finde ich... Ich habe es nämlich auch... Ja, vielleicht ähnlich wie du. Oder... Oder auch aus Stolz habe ich dort immer gefunden. Nein, das spielt man auf normal und so. Und irgendwann habe ich gemerkt... Nein, das ist... Nathan Drake ist ein unverwundbarer Superheld. Und du musst dich einfach... Ja, genau. Aber jetzt eben in dem Game da... Genau, für mich... Man sieht es ja auch da. Das ist ja wirklich... Da geht es jetzt ums... Ums Happening, oder? Es stürmt und es blitzt und es... Es sieht einfach geil aus. Und es flexit ein wenig seine... Ähm... Latter-Effekte... Genau. Und da soll es ja jetzt... Da geht es jetzt abgesehen davon ja nicht einmal um Zeit. Nein. Und sonst die Perspektiven gibt es natürlich auch. Da... Ja, eben. Wo ich natürlich... Das ist ein einziger Game, wo ich im Fall nicht immer in der Cockpit-View spiele. Ich spiele schon manchmal in der Cockpit-View, aber weil es so viele verschiedene Strecken gibt. Und du brauchst die Übersicht da einfach, oder? Es ist nicht so wie ein Race-Game, wo du die Strecke auswendig kennst und dich darum... Und ich einfach auch viel besser spiele. Ja. Weil dann nach einer Bremspunkte und D-Lang-Punkte immer die gleichen sind. Genau. In einer Verfolgerkamera... Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ähm... Ich sehe natürlich auch gerne Kerren da, logischerweise. Ja gut, ja. Und... Ich gebe dir noch ein paar Anweisungen für... Mach das. Oder hast du genug Kellen, um etwas zu bestellen? Ja, ich habe noch fast nichts gekauft, weil sie rühren dir die Autos ja links und rechts im Toren. Aber ich habe nicht... Also... Ich habe mir... Ich habe Gutscheinen gehabt. Für etwa zwei Kerren. Und habe dann einfach die zwei teuersten genommen, für ungefähr 60 Millionen. Ähm... Und ähm... Jetzt habe ich vielleicht eineinhalb Millionen. Also... Ich habe jetzt nichts... Nein, 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 ich möchte auch nicht teuer sein. Aber das Wetter... Ähm... Das dynamische Wetter ist schon geil. Und hat es wieder Seasons eigentlich? Ja... Also Seasons, die sehr krass waren. Also Herbst, ähm... Frühling... Genau. Jetzt ist, äh... Ich glaube, Sommer. Und ich glaube aber, der läuft heute ab. Ich weiss ja gar nicht, wie lange es geht. Eine Woche oder so? Nein, ich weiss ja nicht. Das ist jetzt das gewesen. Ja. Genau. Eben, das... Das ist jetzt eigentlich, die mache ich nachher nochmal wegen Punkten. Uh, schau, jetzt haben wir einen guten Flitzer bekommen. Uncharted gibt es noch nicht auf dem PC. Mit der Betonung auf Nani. Ja. Ich glaube, sowieso nicht im Moment PC-Games veröffentlicht. Mhm. Wird... Schon möglich sein, dass es mal kommt. Und... Madota... Das ist gut ein Outfit gewesen. Ja, Riders... Riders Republic. Riders Republic haben wir irgendwie ein bisschen nicht auf dem Radar gehabt. Haben wir ein bisschen verpasst. Das ist einfach so unter dem Radar rausgekommen. Aber es ist schon auch easy. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ja, wir haben einen Code bestellt. Haben aber irgendwie keiner bekommen. Ja. Dann wissen wir aber auch einfach... Dann habe ich es aber auch einfach gegessen. Ja, es sind auch irgendwie auch sehr wenige Reviews daraus. Ja. Vielleicht können wir das schon mal noch streamen, wenn wir nichts zu tun haben. Oder irgendwie mal die Wintersaison anfangen. Oder so. Genau. Schaut, jetzt hat es da wieder etwas Neues gegeben, oder? Uh, Dragstrip. Ah, lustig. Das sollte man auch mal machen. Ach, und das nimmt mir jetzt eigentlich gerade Wunder sogar. Den machen wir gerade. Äh. Äh. Ey, der Sound wirklich. Da kommt mir das Kotzen. Hey. Wir können... Für die, die es nicht kennen. Für die, die es nicht kennen. Wir können... Sehst du, das sind jetzt eben die Festivals da. Und ich habe einfach alle mal freigeschaltet, um die Events zu haben. Und wenn du genug gepünkt hast, kannst du wieder einen Stempel vergeben. Und wir können jetzt da... Ich weiß doch auch nicht. Abregistream mit dem Fippo und dem Simon. Heute mit Riders Republic. Das ist eine gute Idee. Abregistream. Äh. Ja, das würde noch passen. Ja, das gut machen wir Kaffee Lutz. Und äh... Ach, der hat jetzt gerade den Ding gesperrt. Der Bildschirm. So. Ähm. Aber... Jetzt nehmen wir kurz... Jetzt nehmen wir gerade den neuen Karaden da, um dort drüber zu racen. Ja, mich... Hallo Flo. Welcome in dem Stream. Ja, ich hatte Briefings... Ja. Hahahaha. Tapschnurren. Hahahaha. Antwort ist nie... Hahahaha. Jetzt muss ich mich auf dem Stream penetrieren. Am Samstag ist der Digitech Playground Cup. Und der Flo... Ich hatte gestern frei, Flo. Und der Flo hat mir Briefings geschickt. Und äh... Ich habe noch nicht geantwortet. In etwa zwei Sekunden. Der Flo schreibt immer dann, wenn wir frei haben. Hahahaha. Kaffee Lutz in Zürich, ja. Du, der Ballissa macht dir dann den Beste, Lutz. Aber dann mit halb, halb... Du? Halb Kernobst, halb Zwetschgen. Du, welchen Urenkarren? Wir gehen dann aber die Schuhe auf, Madotta. Welchen Urenkarren jetzt bekommen? Ich habe so viele. Oh, geil. Du hast einen Celica... Können wir nachher einen ein-tunen? Können wir nachher da... Ich... Oh... Komm schon, ja. Ja gut, aber können wir gerade jetzt machen, wo wir gerade da sind. Welchen willst du denn da? Das Celica GT4 dort, ja. Der grusigste Urenkarren. Das ist schon geil. Jetzt... Was ist denn, was passiert jetzt? Ja, jetzt... Tut es jetzt schon neu laden. Also, es ist wirklich... Genau, weil zum Kennenpimpen muss man da bei dem Festival sein. Äh... Jetzt muss ich schon schauen... Genau, du kannst einerseits da tunen, aber da... Tune, ja das ist aber tuning. Ja genau, da siehst du natürlich nichts, aber da könntest du einfach... Eben... Steffis Kaffee gibt's, ja genau, Steffis Kaffee. Ciao, Exchanges! Hoi, willkommen im Stream. So, ähm... Dann gehst du in die Garage und dann kannst du eben da Upgrade... Und dann kannst du natürlich... Einerseits kannst du da einfach das Auto-Upgrade machen, bei gewissenen... Das ist einfach... Das ist das, was ich manchmal machen kann, weil... Du willst nie... Du willst ja die Klasse manchmal behalten vom Auto, wenn du mit dem in der Klasse fahren willst. Und darum... Aufs Maximum U, also immer die runde Zahl... Das mach ich eigentlich immer, weil das bringt dir schon etwas. Ähm... Und sonst, wenn du es selber willst, wie jetzt bei dem da... Da kann man wirklich anfangen... Das ist schon noch geil. Kannst du auch wirklich... Das ist klar, aber weisst du, das Geil ist, du kannst ja dann an den Motor... Rev Engine, oder? Kannst du hören, wie das er klingt, wenn du andere Sachen einbaust. Ähm... Ich muss jetzt mal zum Beispiel... Ähm... Mach mal Auspuff. Mach mal den Auspuff. Mach mal auf den Auspuff vorne dran. Und jetzt tun wir mal einen anderen. Rev. Was haben wir gerade geschehen? Was haben wir für einen Level? Es spielt ja keine Rolle. Mach mal den. Nein... Tu mal... Dann... Dann kannst du... Aha, du musst nur drüber. Ja, du musst nur drüber. Ja. Tönen also beide Fündchen? Nächst. Hä? Das klingt wie ein kaputtes Kinderspielzeug. Aber äh... Gut. Haben wir das auch noch gecheckt? Ja. Vielleicht ist das etwas schlecht... Also... Nehmen wir gleich nochmal zurück. Es ist nicht mehr wundern, was es für Body-Kids es gibt für den. Was ich immer mache bei diesen Upgrades... Ah... Wo kannst du dann schnell? Rechts davon. Du hast keine Ahnung von diesen Teilchen, gell? Nein! Schau nicht! Ich habe doch keine Ahnung vom Auto! Gehört man es eigentlich im Stream. Äh... Nein, es kann noch nicht jeder zocken. Man kann... Simon, du hast gesagt, wenn man die Deluxe Edition hat, dann kann man... Dann kann man morgen, ja. Und sonst erst am 8. Ja. Ja. Genau, aber eben diese Sachen da... Ähm... Also... Da weiss ich nicht... Da habe ich jetzt schon noch daraus gekommen, dass du weisst... Wie... Also logisch, ich sehe natürlich da... Okay, Beschleunigung und so... Ja, ja. Aber weisst du, dass ich im Fahrer das Gefühl habe... Ja, klar, ich merke... Logisch, ich merke, wenn ich einfach irgendwie beim Starten der Letzte bin. Dann weiss ich auch, okay, dann mache ich halt mehr Beschleunigung. Was ich eben immer mache... Was ich hier bei jedem Game mache... Ähm... So... Ist immer das Erste, das sind Treifen und das Zweite Bremsen. Das haben wir angewöhnt. Einfach, weil... Du kannst so viel mehr rausholen mit dem... Und das ist meistens recht günstig zum Upgraden. So bei diesen Race Games. Aber du kannst jetzt ja tatsächlich den voll umbauen. Zu einer 4x4 etc. Ja... Genau. Also gut, jetzt bei dem ist es ja nicht speziell. Ich habe wirklich mal so einen Lamborghini genommen. Äh... Und ihn auf 4 Radatri umbaut. Aber ich meine... Also... Jaja... Er mag ihn trotzdem nicht mithalten. Aber es ist einfach... Sonst kannst du gar nicht fahren. Oder? Auf so... Auf Gelände. Und so kannst du wenigstens ein bisschen... Äh... Genau. Das wäre im... Ein Podyshop. Aber warte mal geschwind. Vierradatri wäre da auch nicht mehr, oder? Äh... Transmission, oder? Nein, das sind Gänge. Drive, Flag, Clock. Das ist... Differenzial ist es auch nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist einfach die Engine, oder was? Nein. Zurück. Das ist schon bei der Reifen. Super bei der Reifen. Er ist 4x4 schon. Ah, der ist schon. Ah gut, aber dann könnte man ihn ja... Auf... Hinterradatri. Oh nein. Nein, das ist breit. Das geht auch nicht, oder? Das ist aber auch geil, oder? Das ist aber auch geil, oder? Ja, also man kann ja schon recht... Da ist es. Ah, Conversion. Ja, genau. Da ist es. Genau. Kannst du jetzt eine neue Engine rein tun? Komm mal Engine mal schnell, oder wird es verschieden Töne... Warte mal schnell, warte mal schnell, oder? Warte mal schnell, warte mal schnell, dann können wir das gehen. Na gut, da gehörst du jetzt nicht. Ähm, genau. Ähm, genau. Also mach mal die, das ist... Jetzt kann ich nicht hören, irgendwie. Da kann man irgendwie nicht hören, komisch. Okay. Ähm, ja gut, aber genau, kannst du äh... Eine andere Mocke reinhauen, oder? 1,6 Liter Turbo Rally. Boom, rein, 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 rein! Okay. Nicht zwei Sechser! Also gut, machen wir den. Gut. Gut, ähm... Dann haben wir jetzt ein bisschen... ...näuse Flügel, Aero. Was? Flügel? Aero. And Appearance. Bodykits. Hat es keines? Nein, ich glaube die Bodykits sind auf jeden Fall nicht da. Wo sind denn die? Ich glaube, die sind eines weiter oben und die habe ich von mega vielleicht keine. Ah, ist das so, hm? Ah, der sieht gut aus. Ja, nein, das ist immer der gleiche. Der ist ja gleich. Ah, hey! Das sieht scheisse! Nein, das ist der Einzige, der gut aussieht! Die sind alle hässlich! Das Auto ist ja hässlich! Alle sind unadjustable, das ist einfach ein Scheiss. Ah, ich habe gedacht, das habe ich ein Bodykits. Vielleicht ist das wirklich schade. Ähm... Vielleicht ist das jetzt einfach ein falsches Auto, der Selika. Ja gut, aber warte mal geschwind. Machen wir jetzt einfach mal geschwind. Ähm... Geht... Ob es neue Fahrzeuge geht und so? Ja, also... Es hat schon ein paar neue Fahrzeuge. Ähm... Du siehst hier Bodykits, aber der hat aber glaube ich keine. Genau. Kann man ein bisschen läuter machen? Kannst du das Game ein bisschen läuter machen? Das Game? Also unsere Stimme kann ich nicht läuter machen. Aber ich kann... Nein, das Game. Soll ich das Game läuter machen? Das kann ich nicht. Gut, aber da ist... Aber da ist natürlich jetzt... Aha! Da ist es natürlich auch läuter. Ja, wir gehen nochmal wieder raus. Ja, es gibt... Ich habe neue Autos, es gibt schon ein paar. Es gibt aber auch ein paar, die nicht mehr dabei sind und so. Du musst schon ein bisschen schauen. Ich weiß... Eben... So die... Das Ding bei dem Game ist halt tatsächlich, dass es meistens ausgezüchtete Autos an den Weg schon sind. Ähm... Ja gut, aber dort wählt man natürlich eh noch einen anderen. Aha! Aber äh... Sollen wir kurz... Querfeld ein, aber dann nehme ich jetzt aber trotzdem ein anderes. Ähm... Er will noch den Ding. Jemand möchte noch einen Event Lab Modus sehen, wo man Events machen kann. Kann ich sonst auch noch zeigen? Das wäre hier, Creative Hub. Mhm. Genau, da kannst du äh... Weil man kann gerne auch, man kann selber Events machen. Du kannst praktisch auch bei jedem Event selber einen designen, oder? Also es gibt auch da Vorlagen. Und... Also beziehungsweise das sind jetzt die, die die Leute selber gemacht haben. Und die sind dann auch zum Teil verteilt. Auf der... Auf der Strasse, oder? Also das kannst du jetzt gleich so wählen, oder? Zum selber machen. Äh, zum's äh... Zum's racen. Zum's gerade fahren, aber... Und jetzt... Äh... 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 Ah, nein, du musst das bei dem Ding machen. Bei der... Bei der... Bei der... Ja, aber bei der... Was? Äh, du musst es... Ja... Ja, das sind aber auch die Neuen... Äh, du musst es in der... Bei der... Bei der Races... Also wir können das machen, wenn wir bei einem... Bei einem Rennen... Bei einem Rennen sind. Gut. Also komm, wir fahren jetzt. Das ist halt mit dem Viertel Auto geschnürt, wahrscheinlich. Da lässt man gerade ab hunderte Eigenzeit, der Fiesch... Äh, ja, aber... Ja... Das äh... Willst du fahren? Ja, sorry. Ich habe da... Ich musste den... Ich musste den Ding entsperren. Ich schaue schon auf den Chat. Also gut. Also gut. Äh... Nicht auf die Xbox. Ja genau, PC. Ähm... Nein, ich finde voll aus... Also die Menüs... Die sind nicht im Grunde so der Horror wie im Letzten. Ah nein, davor hat es noch einen Speedwrap. Oder einen Schanz, ne? Die mit... Mit den... Warnschildern... Das ist noch easy. Das sind so die Sachen, die du einfach einfach mitnehmen. Genau. Ja, es hat schon mega viel auf der Map, aber irgendwie finde ich es ein bisschen weniger überwältigend, als irgendwie so die ganzen Assassin's Creed und so. Ich meine, jetzt löst es mir wirklich nochmals gerade ab. Ah gut, das wird jetzt... Das wird jetzt nichts. Das wird jetzt nichts, ne? Oh jeez, was ist das? Das ist der lameste Schanzensprung ever gewesen. Ah, aber es hat einen Sternen gegeben. Ähm... Ey, der Sound, der kommt wirklich... Ah, das ist natürlich Latin Music. Bye, followers and streamers. Ja, ist gut. Ähm... Ah, wir können auch... Aber komm, wir machen den, wenn wir gerade davor sind wir wieder bis zu einem Event. Das sind sozusagen die Story-Events. Und du kannst noch deinen Karren sammeln. Du sammelst Erfahrungspünkt. Du sammelst Erfahrungspünkt für deinen gesamten Level. Und du sammelst Erfahrungspünkt für dein jeweiligen Auto. Im SEBI V2-Spiel ist noch nicht verfügbar. Es ist morgen als Pre-Release verfügbar. Ähm, wenn du die Gross-Edition kaufst oder wenn du es im Game Pass ziehst und dann nachher das Upgrade für 40$ gewählt. Ja. Es ist am 8. ist es verfügbar. Ja. Also nächstes Mal endlich. Ja. Hola. I think I should show you around the East Coast region first. Heute kann man noch gerne Version spielen, Ride Style. Erst morgen, die Ultimate Edition. Bist du das mit der Maske? Ja, ich bin El Boyo Diablo. Beautiful beaches and clear blue skies. Ah, ich wollte... Du kannst ja diese... Du kannst auswählen, wie es dich das Game so ansprechen soll. Es hat ja wieder etwa 100 Namen oder so. Ja, ja. Und ich wollte El Jefe. Wie beim Ash vs. Evil Dad. Aber das hat es nicht gegeben. El Jefe! Wie bei einem Game in Mexiko. Völliger Fail. Alecandra is probably watching the video. Also jetzt haben wir jetzt ein bisschen der abgelenkt worden. Das ist wirklich... Das triggert Misadiah jetzt sehr hart. Das Game. Ja. Disculpa me my friend. I think you mean beautiful coastal wetland ecosystem. Eben siehst du immer in den... Ich nenne sie jetzt trotzdem mal Story Events. Dann hast du eben immer irgendeinen Dude oder ein Dudettes dabei. Und die quatschen halt einfach ein wenig und... Ja, ja, eben. Ja, ja. Haben die eigentlich nie interessant zu sagen. Aber ja. Es stört jetzt auch immer extrem. Ja, es ist immer immer so ein wenig äh... Eben. Los Pollos Hermanos. Bläh, bläh, bläh. Ja, es ist wirklich so bläh, bläh, bläh. Es ist einfach so ein Hintergrundrauschen. Aber äh... Eben, der Umfang vom Game ist einfach schon krass. Ja. Ich glaube, es ist halt schon so, dass es... Es rührt dir viel an. Es gibt dann immer noch so Weekly Challenges. Aber so ein Late Game gibt es logischerweise nicht. Weil es halt einfach auch kein SMMU ist. Ähm. Aber du kannst dir einfach sehr von selber... Ich bin bei Horizon. Weil ich sehr oft einfach rumgecruist. Habe gar nichts gemacht. Ja. Und mir selber Challenges gemacht. Weil ich es halt noch geil finde. Ah komm, ich möchte mit dem Karren... So weit wie möglich kommen dort. Oder ich möchte ihn irgendwie so tunen, dass er fast unfahrbar ist. Und so... Aber ja. Aber ich meine, es ist ja krass. Es gibt ja mit dem ganzen Multiplayer-Teil. All diesen Multiplayer-Events. Und dann äh... Äh... Nachher gibt es ja auch... Kären, die dann irgendwie an gewissen Tagen freigeschaltet werden. Ja. Und äh... Er gibt ja schon irgendwie... Ich glaube, die supporten es ja auch noch weiter, oder? Also... Da hat es bis jetzt bei jedem gegeben. Ja. Und es gibt jenes neue... Kären... Carpacks und so. Also da kannst du schon unglaublich viel Zeit verballern. Habe ich spielten und gamen. Ich bin ja wie da. Ja, ja. Ich kann es eben... Ich muss eben... Das finde ich eben geil am Horizon. Ich muss meine Builds dann so machen. Und dann mit entsprechend... Weil ich halt immer alles abstelle. Sämtliche Fahrerhilfe. Oder beziehungsweise wenn es geht. Einfach ordinal, was wir keine haben. Dann kannst du Drift eben nochmal schnell etwas rausholen. Wenn dir die ganze Auktionskontrolle... Ja. Ja logisch... Kannst du sie auch einstellen, aber... Eben... Standardmässig ist es einfach so ein bisschen links-rechts. Und dann driftisch. That's the East Coast. Very important if you want to compete at Horizon Apex. I have plenty of vehicle data for Ali. Madota sagt... Ja, es gibt nur die grossen Events dann im... Naja, aber... Madota, du meinst das im Ding... In dem Ubisoft-Gamer. Oh! Ach... Doch auf die Zeit gegangen. Riders Republic. So heiss. An die gibt es nicht. Hola amigo. Was war das jetzt? Der Level? Ja. Das war jetzt eins von den... Ähm... Horizon Adventure Chapters. Ah ja. Für dich musst du eben so... Es gibt so Accolades. Das sind die da dann. Es gibt... Wie gesagt... Es gibt einfach tausend Sachen. Tausend Sachen, ja. Und vor allem... Das ist also... Überall blinken und leuchten sie. Ja, das ist wirklich... Und es ist optisch so schlecht dargestellt, dass du gar nicht... Ah, den habe ich vor der Welt. Den habe ich noch gar nicht abgeholt. Den holen wir nachher gerade. Das alles in Mexiko spielt... Ja, ich habe mir ja natürlich Japan gewünscht, wie ganz viele von diesen... Äh... Horizon-Fans. Weil Japan eigentlich... Äh... Ein perfektes Spot wäre. Weil es halt nie gefeatured worden ist. Und dann mit den Autos und so. Dass es noch ein bisschen mehr JDM-Cars und so gibt. Aber... Ich äh... Bin sehr zufrieden mit Mexiko. Weil es halt sehr viele verschiedene Orte gibt. Es gibt einen Vulkan, wo man vielleicht nachher noch anschauen kann. Mhm. Es gibt Strände. Es gibt Wüste. Es gibt Dschungel. Das finde ich recht cool. Ja. Also... Also... Ich finde auch, dass... Ich habe England eigentlich auch easy gefunden. Aber es ist natürlich schon so... Mexiko ist jetzt einfach so... Wie... Das ist wie... Australien im 3. Es ist doch im Platzhalter für alles. Es gibt jetzt einfach alles. Ja, ja. Genau. Finde ich auch. Und ich glaube, sie hat... Japan wäre wirklich geil gewesen. Aber ich nehme an, dass es wahrscheinlich das nächste in Japan wird. Ich glaube, sie sind schon am Arbeiten dran. Wie kommst du? Also... Aha. Also... Wheel Spin gibt es auch. Es kommt mir wirklich vor wie so ein Mobile-Game. So lustig. Ja, ja. Äh... Nein, das Spiel geht noch nicht aus Neuseeland. Es ist eine Pre-Release-Version von uns. Ja. Ähm... Ah! Oh, da kommt noch... Aber so etwas könnte man noch machen. Das Rennen mit einem Zug. Das ist jetzt eines von den Showcase-Events. Das ist gut. Das können wir gleich machen. Also, wir haben noch Drift, haben wir noch. Wir wollen den Editor noch zeigen. Ja. Ich fahre ja meistens gerne querfeldein, weil dann solche Erfahrungspunkte zusammen ist. Und immer wenn ich mega geile Multiplikator habe, dann fahre ich irgendeinen Kackbaum rein. Immer! Das ist einfach der Hass. Das ist immer das gleiche. Scheiss von ihm! X-Bauer! X-Bauer! Oder was ist das? KTM? Keine Ahnung. Der? Der? What the fuck? Ey, mein Nummernschild ist abgeheilt! Das wargt sich dann tatsächlich. Das ist jetzt wirklich nicht das, was er sagt, was er für Offroad benutzt. Nein. S-93 TV. Äh, glaube ich ist es morgen um 5 Uhr. Entweder oder heute um Mitternacht. Das habe ich wie noch nicht rausgefunden. Aber ich glaube, es ist morgen um 5 Uhr. Da muss man schon mal schauen. Ah, das ist vielleicht der Countach. Wie heisst der eigentlich? Der Lamborghini? Cuntach! Cuntach! Nein! Ich meine, es ist ja italienisch. Der muss doch irgendwie... Cuntach! 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 Das ist wirklich Spanisch. Genau wegen der Schwierigkeitsgrad noch kurz. Kann man vielleicht gleich hier anschauen. Ah, das kannst du jetzt natürlich wieder bei dem nähen. Genau, das ist jetzt einfach die Drive-Atars, die kannst du einstellen. Und dann gibt es natürlich mehr Erfahrungspunkte. Ich bin hier Noob und habe darum das. Und dann kannst du die verschiedenen Assistenten einfach abstellen. Oder? Und das ist jetzt alles... Das ist jetzt alles Standard, oder? Ich werde automatisch schalten. Das zeigt schon. Du schaltest nur manuelles für Games. Ja, sicher. Nein, das schiesst mich doch an. Ja, sicher! Nein, das kannst du ja nicht driften. Immer. Alles. Immer manuell. Es gibt kein Autogame, ausser vielleicht GTA, wo man nicht kann. Da bin ich wirklich... Also ich finde das einfach am... Mit dem Lenkrad finde ich es okay. Also wenn ich ein Renn-Game mit schalten würde, dann muss ich es mit dem Lenkrad spielen. Aber mit dem Controller, das ist mir dann... Das ist so füdlich. Wieso? Das finde ich dann kein geiles Feeling, dann ist es mir mehr Arbeit. Einfach... Wieso? Das ist ja... Nein, weil ich es nicht geil... Nein, mit dem... Nein, mit dem... Nein, aber ich finde es zum Drücken nicht geil. Das ist so... Das ist für mich dann auch kein richtiges Out-The-Feeling. Also es ist ja so... Also... Darum spiele ich es ja mit dem Controller. Das ist für mich so casual. Und äh... Klar, ich könnte es mit dem Pedal hinten beim... Ich habe jetzt so den Pro Controller. Ich könnte es mit dem Pedal hinten spielen. Dann sowieso. Aber sonst ist es... Hey, aber die Pro Controller sind mega alle kaputt. Alle die Xbox-Controller im Fall. Ich weiß nicht, was du machst. Ja, ich weiss es auch nicht. Aber ich glaube, das sind einfach nicht so gut. Understeer! Was ist los? Kein Arsch. Hörst du richtiges Ränkrad? Gaspedal & Shifter? Ähm... Ja, gar nicht mehr. Ich habe mein Zeug mal verkauft. Weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Aber ich warte jetzt aufs Fanatec. Direkt Drive, der irgendwann sollte ich kommen. Das... Ich habe ein günstiges Direkt Drive. Weil jetzt... ...mut man verbringen. Einer Fanatec... Äh... Fanatec wie heisst es. Hörst du steif? Hörst du steif im Lenken? Ja, eben. Understeer, ich sag's ja. Ähm... Ich habe auch eins gehabt. Einfach, um das auch noch zu sagen. Ich habe auch eins gehabt. Ja, er hat mich gefragt, wenn dich. Nein! Simon! Hahaha! Nein, aber eben darum sage ich ja. Ich habe auch eins gehabt. Aber äh... Auch wie du. Also noch... Einerseits Platz. Aber auch einfach... zu wenig gebraucht und immer zu faul, um es vor allem, wenn ich es mal bräuchte, dann extra installieren. Nein, ein Thrustmaster bringt das Direct Drive Wheel, wo ich sehr gespannt darauf bin, wo ich hoffe, dass dann mit GranTourism rauskommt und ich glaube, dann... gehe ich wieder in den Market für Racing Seat und Gearshifter und so. Was du aber eben wirklich brauchst, ist wirklich so ein Racing Seat. Also... Ich habe es früher am Pooltag gemacht. Und mit dem Bürostuhl rutschst du immer davon, das muss alles Geschicks nehmen drin sein. Ich habe... Und dann wird es eben dann dreimal sehr klobig so. Ich habe mir mal... äh... bei... Need for Seat... Ich glaube, das ist der Seat, die jetzt geheissen. Dort habe ich mir neue Rollen gekauft für meinen Bürostuhl, die Arretierfälle haben. Dann konnte ich einfach alle fünf Dinge aneinander machen. Und dann ist es gegangen. Nein, wie sonst mit einem Rollen in den Bürostuhl. Nein, das kann nicht. Das geht einfach nicht. Genau. Ja, aber es ist auch geiler, wenn du so im Racing Seat bist. Ja... Also, weisst du, ich glaube, tatsächlich gut bei dem Game macht... Ich weiss nicht, wieviel das bei dem Game ausmacht. Wenn man bei einem Race-Game sich halt vorzahlen, jetzt... Motorsport nochmal mit dem Controller. Ich kann es nicht. Das geht nicht. Ich bin schneller... Nein, schneller. Logisch. Die Steuerradio ist aber hundertmal besser. Das glaubst du mir wieder nicht, Phil, aber es ist einfach so. Nein, das ist... Das kommt... Ich sage... Ich sage... Es kommt auf die... Darauf an, wie gut du bist im Racing. Ich finde, äh... Gerade für Leute wie ich ist, finde ich ein Controller einfacher, wenn du eh nicht auf so einem hohen Level kannst spielen. Dann ist es irgendwie... Weil du schneller kannst... Oder ich muss da nur so ein Hebelchen rüber tun, weisst du, am Controller. Während beim Lenkrad machst du dann wirklich... Weisst du, was ich meine? Ja, aber weisst du, die Verzögerung ist ja im Controller genau gleich danach drin. Also der Controller steuert ja nicht einfach immediately nach einer rechts, sondern eher verzögerts. Also weisst du... Nein, ich weiss schon, aber ich habe mich das Gefühl gehabt, dass äh... Vielleicht... Vielleicht habe ich einfach... Ich meine, ich habe ja auch so Project Cars mit dem Lenkrad gespielt. Aber ich habe irgendwie... Und es hat sich einfach geiler angefühlt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich wäre eigentlich besser mit dem Controller. Aber ja... Aber ja... Wir spielen nachher mit dem... 911 GT 2 RS. Machen wir. Ähm... Was haben wir jetzt noch gesagt? Drift? Oder Drag Race hat es noch ein. Wir können da mal... Drag Race wahrscheinlich mal machen, um noch schnell ein... Du hast vor allem... Also was wir gesagt haben... Achtung, ich muss immer zurück scrollen. Irgendwo haben wir, glaube ich, da ein Drag gehabt, den ich noch gar nie gemacht habe, glaube ich. Das wäre da. Das könnten wir machen. Also wir haben gesagt, vor allem noch den Editor mal zeigen, wie das man selber Races machen kann. Also dann gehen wir einfach zu irgendeinem. Dann fahre ich noch mal schnell runter. Ja. Ja, es ist schwieriger mit dem Lenkrad. Das stimmt nicht ganz. Du musst die einfach zuerst dran gewöhnen. Du musst etwa... Ich sage jetzt so... Ab 5 bis 10 Stunden brauchst du mit dem Lenkrad. Aber dann bist du immer schneller mit dem Lenkrad. Immer. Aber das... Ja gut, aber das geht... Ja, aber das... Also nicht jetzt in dem Game wahrscheinlich nicht, aber... Aber dann stimmt ja meine... Dann stimmt ja meine Aussage auf eine Art eben schon. Weisst, wenn es... Denn das ist ja schon wieder irgendwie ein Commitment. Und wenn du halt einfach Casual bist und noch ein bisschen games... Dann bist du mit dem Controller abendlich besser unterwegs. Weil es halt... Ja logisch, wenn du die Übung hast mit dem Lenkrad, oder? Logisch. Du hast ja 100 Stunden Übung mit dem Controller und 0 Stunden Übung mit dem Lenkrad. Also es macht Sinn. Also... Hey, expect me... Nein, man kann noch nicht zocken erst morgen. Wir wissen nicht genau, an welcher Zeit. Also... Genau, jetzt kommen wir da mal ein Snor auf. Also jetzt... Äh... Egal, wir nehmen einfach irgendeinen. Ähm... Ich habe da extra meinen Volvo natürlich gemacht. Ich habe da extra meinen Volvo natürlich gemacht. Ah, jetzt muss ich sie aber fahren. Das ist das, wirklich. Das ist grossartig. Je dümmer, desto besser. Ja. Aha, das ist aber... Okay. Once you've placed the checkpoint flags, you can move them around to get them in the perfect place. In the perfect place! Ja, eben. Aber du kannst natürlich einfach so Drift-Rennen erstellen und äh... Ja, aber du kannst natürlich einfach so Drift-Rennen erstellen und äh... Ja, du kannst mal Checkpoints oder? Ja, ich muss ja nicht gerade in jeder Ecke. Use the menu to place a finish line. If you want a circuit instead, just drive back to where you start. Okay, es wird das längste Rennen ever. Ich mache da noch ein bisschen um da. Irgendwo da. Da mache ich den Checkpoint. Da! Oh! Nero, äh... Siehst du gar nicht? Es ist egal, mache ich einfach da. Ja! Nehmt mal die... Habt ihr überhaupt schon irgendwelche Checkpoints? Schon, oder? Ah ja, oben drei, ja. Du siehst, es ist rechts oben. Legt dort wie ein annoying Waschspiel an. Haha! Sag Gott! Grossartig! Waaah! Nyeeeeh! Was sag? Nuh! Ja... Einfach ein bisschen bei den Bäumen durch, damit es richtig nervig wird. Und wir nennen sie noch eine B-Route. So, irgendwo da. Also, und jetzt äh... Jetzt musst du Point-to-Point mit Options machen. Genau. Place finish line. Ja. Ganz grossartiges... Wow! Das ist heavy. Progress vom Forza Horizon 4 kannst du nicht importieren. Next Level wäre so ein Game mit Maus und Tastatur zocken. Das wäre absolut... Wobei es gibt schon Leute, die das mit Tastatur zocken. Ich weiss nicht genau wo die Maus soll zum Umsatz kommen. Ja, das stimmt. Volvo gleich Panzer, ja. Ja, es hat R-Rules. Gut, es ist weder Panzer. Ehm... B-Rules. Ja, ja, genau. Test-Track? Test-Track? Ich kann nur vielleicht Rules... Nein, nein. Every game has rules, right? Here's how you set them. Every rule starts with a trigger and ends with an action. Just play a round of it, and you'll find that... Ich bin aber gar nicht ein E-Editor. Nein, ich kann auch nicht, ey. Collision with player. Yeah. Ja, die Frage ist, ob das... Wir sagen, wir dürfen nichts berühren. Durch die scheisse Bäume durch, oder? Ja. Das wird scheisse, schaffe ich es einfach selber nie. Ja. Und wenn diese sind wahr, dann... Get Last Smash. Nein, das muss ich nicht. Wenn das Trigger passiert, das ist alles. Ach so, perform, genau. Ach so, perform, genau. Return to start. Das ist ja. Ah, du, der Pressi! Selekt, Selekt, Selekt. Ah, also, ähm... Dann machen wir. Ah. Keine Ahnung. Hä? Eigentlich müssen wir doch jetzt das, äh... Aha, das ist... Check jetzt ehrlich gesagt nicht. Mal, du müsstest da eine Action. Also wenn dieses Trigger happens and these are true, das nimm dich gar nicht. Per Form. Ja, da müssten wir doch eigentlich eine können, dann... Enable Standard Scoring. Finish Player. Ends the event for the... Ja, Finish Player. Das ist das. Ja, ja, komm. Which Player? Ja, Which Player? Player 1. Ali, Triggering. Triggering Player. Ist gut, fertig. Gut. Und jetzt, äh... Safe and Exit. Also mal, was passiert. Mit Maus und Tastatur kann man nur Track Mania spielen. Genau, Track Mania sind Classic. Das spielt man mit Maus und Tastatur. Das ist tatsächlich wohl wahr. Las Afueras. This is it. This is it. If everything works... This is it. Ah, da. Jetzt fahren wir natürlich mit anderen. Ali mit den Volvos! Ha ha ha! Ich hätte... Mit Berühren von anderen Autos... Ich hätte... Ich hätte... Mit Berühren von anderen Autos... Ich hätte wieder nie... Wieso sind die alle schneller? Geh weg, Simon! Mmh! Hast du vollste Route ever? Hoffentlich bleiben alle die... Computerdinge noch in den Bäumen hängen. Geh weg! Jetzt müsste doch eigentlich Environment... Ja, ich glaube, sie... Wenn sie uns berühren, bleiben sie... Oder hast du... Dich resetten? Ja, nicht... Ali. Nice ever easy. Ha ha ha! Was ist jetzt? Ha ha ha! Ha ha ha! Oh ja, okay. Keine Ahnung. Ah, weil wir... Weil wir... Weil wir... Regeln drauf gemacht haben. Jemand hat dann wohl irgendwo etwas berührt... Und dann ist es fertig. Ah. Das heisst, du hättest einfach... Direkt irgendwo eine Wand hinunterfahren. Ha ha ha! Du tust... Ja, Publish! Ja. Die Welt braucht jetzt. You, my friend, are now a published Horizon Event Author. Also. Sehr gut. Colin McRae habe ich immer mit der Zastatur gezockt. Ja, ich auch. Was hast du für einen GPU, Phil? Äh... Einen... 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 Einen GPU. Ah, GPU! Einen... Einen 3090, ja. Einen 3090, ja. Vorruf habe ich nicht mehr. Oh. Einen 80 șarben개 тонn oder was? Nein, aber die Zagartow ist auf 60 schranke. Ähm... Was haben... Was haben wir noch gesagt. Wenn wir noch... Ich meine... Wir könnt einfach mal... Einfach die Nommales rennen. Sonst weiss wir ja auch was dort kommt. Aber was könnte man allenfalls machen...? Nei, wir haben noch ein Drift grip gehen. Also gut, ein Drift. Mit dem Porsche GT-2. Wäre geil. Dann hätten wir gerade zwei... Also komm, ich nehme das schon mal. Welche Niere hast du verpfändet, Nick? Viel für die RTX 3090. Wie bist du an die 3090? Komm, du hast sie einfach im Job gestellt, oder? Ich habe sie schon recht lange jetzt und habe sie eigentlich mehr gekauft, als äh... Ich wollte eigentlich einen 3080 genommen. Und habe dann gefunden, ich kaufe jetzt einfach die, bis dann ein 3080 rauskommt. Aber mittlerweile habe ich es gefunden, behalte ich sie einfach. Welcher Porsche? Du hast nochmal den hier unten. Der da. Geht ja, zwei RS. Aber du hast sie normal bei uns im Shop gekauft. Ja, ich habe sie wirklich einfach normal. Nein, ich habe sie wirklich auch. Und ich bin auch nicht bevorzugt behandelt. Nein, das haben wir, das gibt es nicht. Ja. Mit Betonung auf nicht mehr. Es hätte es mal gegeben. Aber wir dürfen auch als Mitarbeiter nicht irgendwie bevorzugt Sachen kaufen. Genau, also schaut da jetzt. Das ist kein Witz. Ja. Ähm, genau, Drift. Ähm, haben wir gerade etwas irgendwo? Drift sind die, die da oben da zum Beispiel. Also es gibt auch, es gibt natürlich auch Events. Aber ich sehe jetzt da gar keine. Ich sehe jetzt nur gerade die, ich weiss auch gar nicht, warum das so ein Symbol ist. Was sind das? Das sind Drift Zones. Ah, das ist dort das Anfang zu wählen. Ähm. Ja, wir können mal zu... Sollen wir mal zu seiner erfahren? Was ist mit zusammen Drift Events aus? Ähm. Es hat manchmal so Spezial Events, wo du driften musst. Aber ich sehe jetzt da wirklich gar keine. Ähm. Das sind alles Trails. Da sehen wir gar keine. Aber komm mit uns mal. Ja. 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 Also gut. Aber dann gehen wir jetzt driften. Ähm. Wo ist der nächste Drift Point? Da oben. Na ja. Probieren wir den. Oh. Der ist aber relativ tief. Der Wert. Hm. 70.000. Ja. Klasse. Ich mache die Kultur reinbringen. Da in den Stream. Der PlayStation. Ja. Die hat mir so nicht gegeben. Die musste ich nicht vom Landstrogen fallen. Zum Glück. Naja. Aber bei PlayStation habe ich mir eine selber gekauft. Vielleicht habe ich sie normal bezahlt. Aber du hast sie aber... Eben. Aber wenn hast du sie bekommen? Vor ein paar Monaten. Ja. Ich habe sie einfach mal zugehalten. Also ich habe sie ja nicht... Ich habe sie eh nicht launcht. Aber... Oh. Ich habe sie nicht durchgehalten. You are an idiot. Scheisse. Äh. PS5. Ist die bei uns immer noch ausverkauft? Ja. Ich glaube immer mal so. Dann gehen wir halt hier unten. Oh nein. Das ist ja noch geschissener. Ich bin ja jetzt links oben. Ah ja. Ist immer noch nichts verkauft. Hm. Jawoll. Jawoll. Da lande ich. Ah. So close. Ja. Seit Monaten immer noch. Aber wir bekommen immer mal wieder... Ich weiss nicht wie, dass wir es... Für die, die PS5 wollen... Man muss wirklich an sich suchen. Und ganz ehrlich. Wenn ihr sie bei uns nicht findet, dann kaufen sie den anderen. Ich habe letztens irgendwie... Ähm. Was ist es? Wie heisst das? AdMHB. Ich teleportiere schon hier. Game irgendwie. Weiss ich ja nicht. Dort hat es letztens einen gehabt. Von denen haben wir ja auch Sachen. Glaub ich. Magenbot mit denen. Wie heissen sie? Ich weiss nicht wie sie heisst. Also schau. Ich habe ihn ja heute am Morgen gesehen, als ich den Corona testen wollte. Ja, das sagt rein... Genau. Ja, das sagt rein... Ja, dann bekommst du Locker PS5. Also schau. Also schau. Ich habe sie auch einfach gekauft, was man alleine hatte. Ich bin nicht mal aktiv. Also schau. Jetzt ist eine Driftzone. Du siehst es hier unten links auf der Karte. Einfach dort, wo der weisse Ding anfällt. Und dort drin musst du einfach driften. Jetzt habe ich natürlich nicht das idealen Auto für das. Aber das... Wer sagt das? Nein. Ah nein, du hast einen Drift... Warte, du einen Drifter noch rein. Ja. Du einen Drift. Ja, weisst du, aber dann setzt sie mich wieder zurück zum... Ähm... Ähm... Du kannst eben nicht... die Karte pimpen. Du kannst nur immer in diesen... Horizons... Ja, aber nein, du hast einen Driftkarren mal. Ich glaube, ich könnte sie einsteigen. Ja, ich könnte ihn ja nachher mal schon versuchen. неine. Ja, ja... Perf! Hu!... You bit raf! Siehst ja geil aus als beim anderen! Die haben es besser gemacht. Ich habe aber auch noch nie das Auto gefahren, das kann man sagen, ne? Lamee, ausröeet! Tragen wir immer ein so einfaches Spielsumier. Ha-ha-ha-ha! Huij nurt生活! Da ist jetzt zum Beispiel... Bei der Uhr, wo eine manuelle Transmission dann tatsächlich... Hey, zwei Sterne wird es okay. ...dann halbe, hineinkicken und dann hoppen wir. Probieren wir es gleich nochmal. Vielleicht mit meinem Rift-Car? Ja. Seid ihr jetzt schon? Nein, ja. Machen wir jetzt kurz... Ah! Du musst dich runter anfangen. Du kannst eigentlich von beiden Seiten. Nein. Was soll das machen? Ich habe gedacht. Ich habe den Schnorren. Was ist mit dem Barnfang? Können wir das auch nicht machen? Ja, ist doch mega langweilig. Du musst dich doch nicht mehr abschleppen. Einmal habe ich das müssen am Anfang. Das ist das eine, das wir machen müssen. Ja. Die auch. Ich habe gestern... Wenn doch mal stimmt, dann habe ich ihn doch gefunden. Also. Ah! Zu viel! Ich dachte, du kannst einen Rift-Bild hineinziehen. Ja gut, das stimmt. Das könnte man aber nachher mal schmecken. Ja, das könnte man nachher machen. Ah! Immer viel zu viel, Mann! So schlecht! Fehlt! Ah! Du darfst nicht überfahren, die Töckl. Ja. Also komm, dann nehmen wir mal einen Drift-Car. Genau. Ah! Ja, genau! Den liefern wir ja dahin. Jetzt kannst du dich hier filtern. Nach Car-Type. Äh... Wo ist Drift? Drift. Hier. Der oder der? Der ist echt krass! Das ist, glaube ich, einer der schnellsten Unihands. Merch-Teil. Weisst du... ...Hunigan. Ich habe fast keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist schon kein Block. Einen Senna? Ich glaube, einen. Ich habe das Gefühl, einen Senna habe ich irgendeinen. Ja, den wollen wir aber nicht sehen. Ich sage jetzt, den wollen wir nicht sehen. Ist doch etwas gegen den Senna! Nein. Dort habe ich sogar noch eine Formel 1 gehört. Die Erics Vegas muss aber auch nicht mehr bis... ...beissen. Warte um 22. Weniger Lieferendpässe, um dann wieder mal eine Füße zu bauen. Das hat äh... FIPS strömt. Ja. Das mit den Lieferendpässe ist wirklich ein Scheiss. Und vor allem, ich glaube, es wird nicht viel besser. Es ist krass, dass... Oh, der ist aber so schnell! Nein, nein, nein. So, und fail. Nein, das stimmt. Warum ist es denn vorgestellt? Ich glaube, das mit den Lieferendpässe... ... ist tatsächlich einerseits natürlich das mit den Chips... ...und andererseits auch, dass es wirklich kein Schiff hat im Moment. 60'000 müsste ich haben. Well, yeah. Äh, also gleich. Ja, ja. Ähm, okay. Drift haben wir auch noch gesehen, jetzt machen wir noch einen Drag, oder? Okay. Drift King Phil. Wenn du manuell schalten tust, kannst du den Gang blockieren... ...und besser den Drift kontrollieren. Danke, Elschunds. Das ist genau das und nicht viel Zeit hat. Das hast du genau nicht gesagt! Nein, nein, ich mach automatisch. Das ist so eine Dummschwätzerei. Nein, ist klar, ich stelle... Ja, Softridge meine ich. Ja, Slimmerling, genau das ist das. Das ist Softridge. Ich stelle das auf realistisch ein, weil man sieht ja auch wie realistisch das Game ist. Ich wollte einfach... Ich wollte einfach... ...den Playfoot... Verdammte Bäume! Hey, habe die neue PS5, die, die jetzt den neuen Kühler hat, das ist dann von der schlechter Kühler? Wie finde ich, wenn ich das einnehmen kann? Nein, die... Das hat mal am Anfang einer behauptet, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch ein paar Tests gelesen, dass die eben gleich besser ist, die neue. Okay. Hätte aber einen kleineren Kühler eigentlich scheinbar, ja? Ja. Wer stellt da überall die Pyramiden hin? Ich hätte jetzt einfach gedacht, das wäre eine gute Idee mit einem Drift-Race... Ja! ...Offroad von Ahnachdeck zu gehen. Der ist geil, Mann! Ja, der ist dafür so schnell! Okay. Schnell auf dem Kopf ist er. Hallo? Das ist der schlechteste von der Horizons-Spielerin je gesehen. Du hast noch nie in den Spiegel geguckt! Schau, da hat es noch einen Experience-Point-Schild. Bravo! Ah, da ist der Dragstrip. Okay. Wir könnten da mal Rivals machen. Ja, gleich bei mir. Ich weiss aber nicht, ob es da einen hat. Ich weiss, ob ich da drin bin. Nein, da wäre... Da, schau, jetzt kannst du rechts, hast du doch einen Ding. Nein, aber ich weiss, ich kann gleich noch schauen, siehst du... Wenn jetzt... Rivals ist ja gegen andere Spieler, aber Offroad hat... Ja. Weil das Game noch nicht draussen ist, da hat Offroad gar niemand gemacht. Ah, das habe ich gar nicht gemacht, ja. Aber dann kann ich jetzt etwas setzen. Welchen soll ich nicht? Da rechts ist doch der Senna. Der da? Wer? Ich habe doch keine Ahnung von Autos. Ah, schau, da hat es sogar einen! Ja. Hä? Aha, er jetzt mit dem... Ah, nein, da ist der Senna. Ah, du hast den Zehkarren. Aber jetzt bin ich... Aber jetzt komme ich nicht draus. Jetzt... Das ist der Senna. Jetzt nimmst du den. Sollen wir den nehmen, okay. Aber das heisst, er hat den Zehkarren genommen, den ich dir den anzeigte. Er hat den anderen genommen, ja. Aber es war nicht der Senna gewesen, ich habe noch nicht. Ich weiss nicht, was läuft hier. Also gut, was muss ich da... Aha, das ist der Drag... Ah, da geht es sich nur gerade aus. That's the story of drag. Vor allem Drag Race mit der Automatik. Nein, es ist glaube ich eben... Also ich meine... Das ist... Also da muss ich jetzt auch sagen, dass es durchs Witz losstoss geht. Ja, beim Fahrzeug Motorsport haben wir jetzt so ein Minigame. Und tot! Vorher mit 300 Sachen in der Mauer. Ja, das habe ich gut gemacht. Das war also schon... Das war eine Challenge. Das war eine Challenge. Da habe ich geschwitzt. Da habe ich geschwitzt. Ja, kein Witz los. Ja, das ist... Das ist irgendwie... Die müsste... Finde ich jetzt auch, die müssten... Ähm... Mit der Hand geschaltet sein. Weil... Ja, das ist schon ein Witz. Wenn du schneller ein Auto hast, gewinnst. Und das ist das Einzige, was zählt. Ähm... Ich habe der einen gesagt, da wird mir alles abverlangt. Das ist so. Das ist wirklich... Das ist heavy gewesen. Das ist wirklich heavy gewesen. Heavy Shit. Ähm... Okay. Was können wir noch machen? Der Beschaden ist das ganze Multiplayer-Zeug. Es findet einfach nie Matches. Also ich habe es... Ich habe es ein paar Mal probiert. Und das... Es hat ja auch andere Spieler, die eigentlich drum herum stehen. Aber irgendwie sind es immer zu wenig gewesen. Ist ja kein Scheiss. Ähm... Also ich meine... Ich kann schon ein paar Feind machen. Ah, schau da jetzt nochmal ein... Sollen wir nochmal ein Showcase machen? Oder... Machen wir nochmal ein Showcase. Also gut. Ähm... Möchtest du das jetzt auch spielen? Gürken, Jast, nein. Erst morgen, wenn du die Ultimate Edition hast. Und sonst erst Montag. Glaub ich. Tun wir da Fast Travelen? Das kostet das auch nicht. Physisch, ja psychisch wird dir alles abgelandert. Wir haben hier eine Testversion Gürken, Jast. Äh... Die ist, äh... Die dürfen wir schon heute spielen. Für alle anderen ist die Ultimate Edition morgen freigeschaltet. Und ab Montag dann die normalen. Ah! Yes! Es kommt nochmal. Der ist gescheitig weg und der macht es auf Unsinn. Herr Ehrlich. Ha! Ich habe dort gerade... Dort die Landschaft... Der ist staun. Ah, der Barnfind wäre aber gerade da vorne, he? Komm, da können wir es sonst auch noch mitnehmen. Ja, probieren wir noch mal mitnehmen. Eben, Barnfinds sind einfach dort... Sucht man rasch einen Scheuner. Und dann hat es einen alten... einen alten Karren drin. Und... Rasch. Und dann kommt... Ja genau, rasch. Ja gut, jetzt aber in dem Gebiet... Müssen wir ihn ja hier tatsächlich relativ gut finden. Ah! Das ist gemütlich. Doch, da ist sie. Okay, so schnell habe ich sie glaube ich noch nie gefunden. Haha, kann auch gleich wissen. Ah, jetzt ist plötzlich wieder der Tag verloren. Und da kommt irgendwie deine... Irgendeine. Müsstet ihr... Es ist Uncle Victors' Car! Ah... Es muss sein... Es muss sein... Es muss sein... Wenn ihr über Game Pass Standard Edition bekommt... Längts, wenn man dann einfach... das Ultimate Edition Add-On nimmt. Ja, das ist so... Black-Type. Das habe ich... Das habe ich so gemacht. Das reicht. Du kannst für 44 Franken, glaube ich. Das ist jetzt... Du-deck. Genau, das ist eine von diesen Du-deckten. Taikan... Wenn man den Taikan... Ja, das wird noch ein bisschen schwierig, dass man den Taikan... Ob der Sound hat. Aber ich nehme an, er hat Sound. Das ist jetzt Du-deck. Genau, Elschnutz. Äh... Äh... Hier hoch. Was willst du auf den Ding? Ich muss da oben... Ist doch irgendwo der Weg, wo wir hier wollen. Auf den Vulkan, oder? Komm, da... Da geht noch... Einfach den steilsten Ort hoch. Ich weiß gar nicht, welche Hände. Vulkan hoch mit... Mit dem Drift-Car. So macht man das. Ja, so macht man das. Äh... Black-Type. Du musst sogar ein bisschen Rabatt zum Game Pass herkauf. Du musst einfach nur... Rabatt. Das ist gut. Ribbit. Landscaping. Ah... Das stimmt mal, Dotto. Wenn da natürlich den Game Pass abläuft, dann ist er starker Zugriff mehr aufs Game. Ja, das ist richtig, ja. Ja, dann musst du ihn dann verlängern. Wobei, wer verlängert den Game Pass nicht? Ja, dann müsste es vielleicht ungefähr 20 Franken pro Monat werden. Würde mir das selber wecken, oder? Ja. Im Moment. Ich habe die Frage, wie lange du einfach gamest, oder? Ja, nein. Nein! Ah, gut. Ich hasse es, wenn es mir damals meine... äh... meine blöden Kombos kaputt macht. Rabatt ist der Hauptstadt von Marokko. Das ist so. Gürgen! Hast du nicht... Ich habe es dir jetzt schon zweimal erklärt. Sorry. Ich erkläre es ein drittes Mal. Ah, kein Ton. Er hat keinen Ton. Das musst du mir schreiben. Okay. In der Schule finde ich gut. Das sind eben... Das sind unsere richtigen Zuschauer. Die brauchen wir. Wenn wir jetzt so Unzeiten streamen. Ach, mein Outfit ist einfach gut. Das ist einfach dumm. Ich habe eigentlich meistens immer das dümmste mögliche Outfit zusammengestellt, weil ich das ganze... Das Festival... Das... Das ist so pseudoernst auf eine Art. Und dann muss man einfach dumm aussehen. Der muss einfach nicht von der Startlinie anfangen, oder was? Was ist das? Irgendein Monster-Track? Nein, wirklich... Also ich finde... Eben... Ich bin nicht der Race-Gamer. Ich spiele wirklich so... 1-2 Race-Games im Jahr. Okay, es gibt damit auch gar nicht mehr. Nein. Aber äh... Eben, die Forza, die sind wirklich so... Du kannst einfach Gamen. Du kannst einfach Scheisse machen. Ja, das ist eben Sandbox. Ja, das ist wirklich geil. Das Liebe. Und einfach... Genau wie du. Ich tue manchmal auch gerne... Einfach durch die Welt racen mit einer geilen Chara. Weil irgendwie... Die Welt sieht halt... ...geil aus. Und dann... ...fetzst du ein bisschen... ... am Strand entlang. Und irgendwie... Ja, machst du vielleicht mal... Genau, fährst du wieder mal an einem Blitzkasten vorbei. Irgendeinem riesen Schanzen dringumpen. Das wird einfach irgendwie schon nicht anders. Ja, eben... Du, auf die Seite! Du kannst wirklich mit dem Gamecast, da kannst du wirklich bei zwei Jahren hunderte und elf Sturz... Das ist krass, Modell. Eben, scheisse! Hupen, wenn du geil bist. Oh! Kalt Knopf! Ja, das ist schade, ne? Ja, ja, die Set Pieces. Das finde ich... Ich finde im Valet wirklich... Die scheissen mich immer an. Die Showcase-Events. Das finde ich immer so... Aber du musst sie ja gar nicht machen. Also da ist ja wirklich... Nein, du musst sie eben, glaube ich, auch wirklich gar nicht machen. Es gibt halt viele... Ja, das ist immer das Letzte, das noch übrig bleibt. Und in einem Brinde... Ja, mal ein Englisch musst du eben von ihm schon mal machen. Und ich finde ja auch gut, das ist einfach... Es gibt halt viele Punkte. Ein Royals-Shooter... De facto. Es ist so dumm! Es ist einfach ein Zirkus. Es ist einfach ein Zirkus. Es ist einfach ein Zirkus. Es ist einfach ein Rückspul-Funktion. Ja, ja. Ein Riesen-Gaudi. Es ist so ein Zirkus. Nein, Rückspul-Funktion finde ich das meisigste für ein Race-Game, wenn du erst rumlust. Ah, das ist das Beste. Ja, nein, das ist ja easy. Das kannst du eben einfach abstellen. Und ich, der einfach das Rennen schaffen möchte, ist das Geilste, oder? Ja, vor allem ich habe das Gefühl, im Motorsport ist es eben irgendwie beschränkt auch auf der Standortstupe. Ja, ja, ja. Das finde ich dann auch easy. Dann musst du das so ein bisschen... Dann hast du... Ja, dann hast du wie ein Quick-Load von irgendeinem... Oder ein... Wie zwei Leben. Das finde ich geil. Ja, es ist halt einfach... Nein, ich sage es heute ist gut. Ich will jetzt nicht in diesen Button über Uniplay und so. Das ist gleich. Ich habe da meine Meinung. Und es ist klar, dieser Button ist absolut Tabu für mich. Tabu? Tabu-Fanzastic. Tabu ist sicher auch irgendein Hauptspunkt. Ab und Tabu. Ich bin in Darkwood. Ich habe da stark fliegt. Oh, ich habe noch gar keine geile Hupe reingemacht. Jetzt habe ich jetzt eigentlich so viele komische Gedanken gemacht. Geile Hupe. Geile Hupe. Sorry. Sorry. Ich wollte gar nicht mehr. Ich wollte gar nicht mehr. Hey! Ja, das PS5 finde ich schon auch easy. Ähm. Ja. 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 Ich habe ja auch. Ja. 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 Das ist so ein bisschen... Ah, das sind die Hot Wheels-Dinge. Das war die geilste Expansion, die ihr euch gegeben habt für so Horizon 3 Hot Wheels. Das ist richtig fechst. Wo, was ist jetzt? Da habe ich keine Ahnung. Ouiiii! Ah! So, du... Du hast gerne einen guten Abschluss. Perfekt. Eey, der kannst du ja gar nicht fahren. M-m-m-monster-truck! Entschuldigung, dass ich noch nie mit einem Monster-Truck gefahren bin. Links, links, links! Überall kegeln. Bam! Da rein sliden. Oh, okay. Wo? Ah, dort. Links, links, links. Aber auch rein sliden! Ja, links, jetzt siehst du es rechts. Oder hier links oder rechts. Es sind überall, es sind überall kegeln! Ich habe den Riesen-Turm mit kegeln, nicht den Riesen-Auf... Oh, der! Ah, du mitnimmst ein 50-Zoll-Screen. Das ist eben auch das. Das siehst du hier vorne. Ach, jeez, Phil. Das ist wirklich wie ein Autounfall, wo man direkt zuholt. Und das ist ein echten Autoun... Es ist noch links, siehst du die Dinge? Ja, siehst du, ja! Der ist einfach nur etwa 50 anläuft. Hehehe, der Schlittenfetter! Ich habe mich gekriegt, wie du... Ah! Jetzt! Oh, du machst du... Oh, verdammt! Ah! Was ist... Aha! Der halt nicht. Das ist überhaupt... Da müsstest du noch die Ähnste, ja? Bam! Was ist das denn? So scheisse... Und diese kleine Figur, die kommt mir irgendwo bekannt vor. Piñata! Nein, aber ist die nicht aus... Wie heißt das... Wie heißt das Game? Mit den wobbligen Figuren? Viva Piñata! Nein, nicht das! Ähm... Die wir auch zusammen gestreamt haben, die mal eine Zeit lang ein Hype war. Weisst du, wo so Battle Royale... Ja, genau! Oh nein, jetzt ist das andere. Nein, stimmt. Er sieht mehr aus wie einer von... Ähm... von Cars. Mit Viva Piñata. Die Leute spüren sich nicht mehr. Ha! Das Game voll durch! Das fände ich auch noch geil. Noch mal einen Flip! Flip! Double Double! Ah... War nichts. Double Double Full Double... Was musst du eigentlich machen? Time remaining? Aha! Du müsstest eigentlich auch... Du müsstest dir eigentlich ein bisschen Mühe geben. Ja... So weit kommt es noch. Mach ich ja sonst nie im Leben. Fang ich gar nicht an mit so Sachen. Du kannst auch noch... Oppen! Conferi Cannon! Jesus! Du musst immer öffnen! Hey, ich spiele das repräsentativ schlecht! Einfach, weisst du... Damit ich einfach jedes Gefühl habe... Aber du bist trotzdem der Erste geworden! Bravo! Slow Clap! Wirklich! Ja, du bist der Erste von einem! Und es ist trotzdem eng geworden! Also, das ist... Forza Horizon 5 kommt in die Mund raus, für die, die das Ultimate haben. Ja. Und am Montag für die, für die, die es einfach sonst im Game Pass oder einfach kaufen wollen. Ja. Es kostet, glaube ich, 70 Euro und für das Ultimate kostet es, glaube ich, mit 10 Autos. Und dann beim Game Pass das Upgrade kaufst, kostet es, glaube... 40 oder... Oder 120 fürs Ultimate und bei 44 im Game Pass. Ja. Aber es ist witzig! Äh... Nicht das Neues vom 4i, aber immer wieder lustig! Äh... Na gut! Dann nochmal Shoutout to Digitech Playground am Samstag. Äh... Halbe Elf fängt es, glaube ich, an. Mit dem... ...Countstrike. Mit dem Simon. Genau. Von Grümpelturnier und vom Brotturnier. Wir streamen den ganzen Tag. Wir sind live vor Ort in den E-Studios in Zürich. Das heisst, es ist endlich wieder mal ein Offline-Event. Recht cool. Und äh... Freut uns mega. Genau. Und nächste Woche wissen wir noch nicht genau, was wir streamen. Äh... Ja genau. Was ist noch alles? Call of Duty? Macht mich ehrlich gesagt nicht so. Äh... Jaja, wir schauen jetzt. Wir schauen jetzt. Also! Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche oder am Samstag. Und äh... Tschüssi! 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 Vielen Dank.